Hallo, Entschuldigung, ich kann dich sehen. Kannst du mich auch sehen? Oh, dann hat sich das magische Auge geöffnet. Hallo in meinem Reich, ich bin die Pimpernella, falls du mich noch nicht kennst. Du bist bestimmt ein Menschenkind. Oh, dann lass dir erzählen. Heute möchte ich dir etwas über Mut erzählen. Weißt du, die Menschenkinder denken immer, sie sind mutig, wenn sie besonders cool sind und sich gar nicht zeigen, so wie sie sind. Manchmal unterdrücken sie alles, ihre Wut, ihre Traurigkeit oder ihre Freude. Aber Menschenkind, du kannst dich nicht unterdrücken. Die Söhne kommen, wie sie gehen. Und die sind ganz in Ordnung. Aber manchmal, da merke ich auch, wie es in mir brodelt. Und dann erzähle ich dir ein Geheimnis. Und sieht keiner. Ich mache mir einfach ein Kummerloch. Schau her, schau her. Da. Da schaust du jetzt, dass dich keiner sieht. Und dann kannst du da deine ganzen Gefühle hineinspucken. Die Traurigkeit, die Wut. Also was dir halt einfach so auf die Nerven geht. Na ja, dann los. Was machst du noch daheim? Los, komm mal versuchen.